Beide, ist ja die Scheiße. Martin! Dankeschön. Jetzt können wir das für 80 Euro verkaufen. So, komm! Das ist jetzt doch auch Hobbyfilme. Du musst doch warten! Boah! Egal ne? Entweder er hatte einen Gehen. Nein. Er war nicht verletzt. Ich dachte. Oh, ich zieh meine Handschuhe durch. Keinen Bock, Alter. Und so, hab ich schon gesagt. Alles. Latschen hier drauf. Hab ich echt können. Ich hab schon gesagt. Ich wollte einen richtig krass. Die Meier sind so lange kamen auf den Polen. Ja. Und dann noch weiße Schuhe. Fick tief. Ich bin nach außen. Oh, nicht hin. Oh! Junge, 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 Junge. Das ist ja für immer sehr orgasmisch. Mensch, den hab ich doch! Ich bin der von hier ausgeholt. Schön, schön. Und komm! Und komm hoch! Was ist denn mit Carsten los? Ran! Weiter, weiter, weiter. Björn! Weiter drauf! Hinterher! Gegen! Mann, das ist übrigens Zeit. So lange. Ja und? Man muss doch nur stehen. Ja normal, ne? Er fährt schwerpunkt unten. Das ist fast immer. Ja. Er ist auf jeden Fall nicht deutsch. Jetzt nur, mach dich deutsch und gleich. Mach's das. Mariano soll jetzt nicht mehr als den Fünfer nehmen. Wir sind nicht mehr als den Fünfer. Keiner geht. Keiner geht. Und ich muss noch ganz viel. Bleib im Stadion, mein Gott, ne? Adol, da war der Schmuck. Ok. Echt, wenn wir heute beide mitgespielt hätten, wäre das nicht so, oder nicht? Ich hätte schon gar nicht, wenn ich heute gespielt hätte. Wenn du mit spielst, dann ist das schon wieder so frackig. Dann zieht erst mal Twenty raus, ey. Hier. Nein, ich weiß nicht. Machen wir es. Ich bin mal Wasserträger. Ja. Bisschen schneller, er verdurstet. Ja. Ich brauche das für die Hand. Ja, dann. Ja, dann. Jetzt mal ein schnelles Tor. Oh, da muss ich doch dazufeln. Junge, Junge. Da krieg ich krampfen. Unser. 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 Dranbleiben. Ja. Schöööön. Ja, Steven. Macht euch das Leben noch nicht so schwer. Ja. Die Kälte. Die Kälte haben wir mit dem Feld. Ja. Und das hat sich aber machen. Ja. Und das dann eben halb. Ja. Ja, es geht natürlich. Untertitelung des ZDF, 2020